Christoph Kretschak ist Professor am Institute of Science and Technology und kann jetzt anbieten, den Vortrag entweder auf Englisch oder auf Deutsch zu halten. Wir haben vereinbart, dass wir einfach eine Abstimmung machen im Publikum, weil es sind zum Teil Menschen hier, die nur Englisch sprechen. Ich mache mal eine Probe im Publikum, ob welche hier anwesend wären, die nur Englisch oder überwiegend Englisch sprechen. Ist das der Fall? Das ist, wow, wow, der reine Kleber genug. So, ist there anybody in the audience who prefers to have the talk in English? Okay, actually we have one. So, this is okay? Okay, dann noch mal ein Mixture, dann überlasse ich die Bühne, also es geht um sustainable blockchains.